Das ist der zweite Tag hier, Videoshoot zu Dank dir Mom. Wir sind jetzt gerade hier bei Latif und Katja, das ist die, die meine Mutter spielen wird und Latif natürlich mich im Kleinen. Latif, sag mal Hallo. Können wir nicht Hallo sagen, aber eben ist ja ganz im Action gewesen auf jeden Fall. Wir spielen jetzt noch eine Runde und dann fahren wir zu mir, checken da nochmal auf jeden Fall das Treppenhaus und bla, ein paar andere Szenen mit anderen Müttern ab. Auf jeden Fall richtig Halligalli heute. Es gibt nichts krasseres als mit Kindern und Tieren zu gehen, sag ich euch. Wo sind die Tiere? Tiere? Tiere kommen heute nicht. Da, das ist rot. Was denn? Rot. Rot, Tieren. Wo wollen wir hin? Oh, zu gut. So, das ist eine Hex-Rollast-Rofilie. Du hast doch eine extra Nukle-Kibble. Du hast doch eine extra Nukle-Kibble. Achso, das ist meine. Nein, die Jäger-Kibble-Kibble haben, deine Witz. Aber die kann ja gar nicht fahren, wenn wir in den Socken gehören. Wo hast denn die Leibniz? Warte. Warte. Warte, Kinder. Warte, Kinder. Hey, so lange. Weißt du, irgendwie muss der hier in Beschäftigung her. Hey, komm. Let's paint some dollar bills. Dollar, dollar bills. Tja, du magst jetzt hier drauf? Oder hier, hier? Du magst jetzt ein schönes Bild, ne? Kannst du deinen Namen schon schreiben? Nein, die kann das noch nicht. Willst du das? Ja. Hier, nochmal schwarz. Okay, making of. Robic, danke dir, Mom. Jetzt haben wir hier gleich die Szene am Start mit Lilme, Brian, mein Homeboy. Hat mal neben mir gewohnt. Sag mal Hi. Hi. Yo. Er spielt gleich Milch, im Laden, Deckgang und sowas, Police Action und sowas, wisst ihr Bescheid. Ich hab's nicht genug gemacht. Also, das ist das mit dem Video-Dreh. Tag draus. Immer noch. Und das ist der Ort. Das ist der Ort. Ich hab's nicht drauf. Ich hab's nicht drauf. Oder so. Ich hab's nicht drauf. Oder so. Ich hab's nicht drauf. Ich hab's nicht drauf. Wir sind hier jetzt bei dritter Tag, genau, ah, dritter Tag, Videodreh Wir sind hier jetzt beim Sail City Hotel, da werden wir jetzt gleich den Stuff shooten Der dann, ja, da oben auf dem Dach stattfinden wird Direkt arschkalt wird's sein Ich hab mir auch zwei Pullover angezogen, unter mein Hemdchen, ihr wisst Bescheid Skyradio und ich gehen jetzt hoch, fahren jetzt mit dem Fahrstuhl 30 Stock wert hoch, Alter, wie sieht ihr das? Sind auch nur 19 Hab ich, hab ich, hab ich Add, check, 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 check Check, check, check! Mama, Mama, ich bleib, dein Kind, was auch passiert, wo ich danke Mama, nicht nur für meine Geburt. Ich bin Mama, ich bin meine Mama, heute bin ich ein Mann und versteh jetzt auch, das kommt für ein neues Leben, echt viel Knie, jeder braucht, du bist echt gepackt und auch nicht schlecht gemacht. Yeah, ich frieh mir meinen Arsch ab hier auf dem Sale City Hotel, Alter. Videodreh, dank dir, Mom. Boah, das ist harte Arbeit. Das ist alles offen, aber das hier ist alles offen. Bro, Bic. Aber wir nehmen es zu Bescheid. Yeah, wir sind gerade durch hier mit Videodreh zu Dank dem Abend. Letztes Shooting war jetzt hier und es wird ein Hammer Video. Erstmal Respekt und Dank an Eddie und film dich auch nochmal selber, Kameramann. Wird auf jeden Fall ein freshes Ding. Im April könnt ihr euch das angucken. Ja, der war auch dabei, ne? Ja, der war auch dabei, im Hintergrund. Der namenslos. Im April könnt ihr euch das Teil geben, dann ist es ungefähr fertig. Wird zu meinem Album released, das ist die erste Single-Auskopplung. April, Mai, zieht euch das rein. Und gebt euch auf jeden Fall die Diary oder das Making-of zu Dank dir, Mom. Und die Show, die da dann noch gezeigt wird. Aus Hamburg, die Jam-Session war ein fettes Ding. Ey, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wir haben nochmal ein Abschiedsvideo, Alter. Wisst ihr? Sky Ready, Alter, macht sich gerade fresh, Alter. Zum Bouncen. Weißt du? Hier haben wir Eddie, der Mann, der das Video macht. Ja, Mann, ey, warte, hier ist ich Padder, Alter. Geil, boah. Und der Praktikant, wie viel, der Praktikant? Teurer Shit, Alter. Teurer Shit. Ich bin leck. Alles hat sich gelohnt, Mann. Ich brauche mich wieder drei Monate nicht zu arbeiten. Sohn, Mann. Willst du Bescheid? Und der Praktikant schleppt jetzt die ganzen Sachen noch auf. So sieht's aus, Alter. Geil. Ey, checkt den Staff ab, Alter. Wie gesagt, kommt dem nichts raus. Und ich mache jetzt auch Chill Position. Mir ist es nicht mehr angesagt. Geil. Bis zum nächsten Mal.